Nein und der Luisa ein bisschen zu groß. Guck mal, wie witzig. Ich werde das mit mir, damit ich mir das anziehen kann. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Für mich, für Melina und mich geht es gleich zum Action. Okay, die Waschmaschine ist am Waschen. Nicht der perfektste Ort. Wir fahren zum Action. Küchenrolle. Küchenrolle? Es sind noch drei. Okay, feuchtiger, Mundwasser, Batterien. Und einiges mehr. Atemmesser, was wir brauchen. Okay, ne Melina, du musst mitdenken, wir dürfen nichts vergessen. Ja, das reicht schon, wenn du die zwei, ähm, dir merkst. Genau, dann mal schauen, was die noch so im Wochenangebot haben. Genau, ich wollte auf jeden Fall, dass die noch Woll im Angebot haben. Das wollte ich noch für meinen anderen, also für meinen Hekelkanal mitfilmen, denn da wollte ich einige kaufen. Ich hoffe, dass ich von jedem Päckchen eins bekomme. Richtig, richtig cool. Das sind so kleine, ich zeige euch das vor Ort. Schaut eher aus wie so Wollreste, aber ich finde die irgendwie total cool. Ich finde die süß und, ähm, ja, hätte ich es sehr, sehr gerne gehabt. Ähm, mal gucken, ob ich noch was bekomme. Die Wochenangebote gehen ja nur noch bis Dienstag. Ja, das heißt, ich muss mich beeilen, weil sonst, wenn ich heute nichts kriege, dann war's das. Ähm, dieser Melina hat mir gerade die Schuhe gebracht. Genau, Schuhe an, Jacke an. Und dann gehen wir auch schon los. Ich werde das Ganze wie immer so gut wie es geht vor Ort filmen. Wir haben jetzt Punkt 10 Uhr. Mein Video ist gerade online gegangen. Ähm, ja, mal gucken. Ansonsten zeige ich euch die Sachen auch zu Hause nochmal. Ähm, mal schauen, wie voll ist es, wie kommen wir da gut durch. Und, ja, Melina freut sich übel. Sie meinte nämlich heute, Mama, geh mal einkaufen. Und, ähm, sie geht so unfassbar gerne einkaufen, shoppen halt, ne. Und, äh, am liebsten tatsächlich auch schon beim Action. Ich hab sie schon angesteckt. Und sie sagt sich, Mama, geh mal bei Action, äh, shoppen. Da freut die sich immer. Sehr lieb. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gleich los. Und ich melde mich dann einfach, wenn ich vor Ort bin. Wie geht nicht? Nee, so. Guck mal, dann geht der hier raus. Tada. Ja, komm, Schatz. Oh, Moment. Jetzt. Ja, davon können wir zwei mitnehmen. Die sind jetzt viel teurer geworden, habt ihr gesehen. Nehmen wir aber zwei mit. Guck mal, da ist. 3,49 jetzt. Nehmen wir eins mit. Wollt auch mehrere mitnehmen, aber wir vergleichen gleich mal bei der M. Wochenangebote für den Rodrigo. Sollen wir einen mitnehmen? Ja. Für den? Ne, der ist süß. Ja. Der ist auch süß. Den großen. Den großen oder beide? Beide. Schaut mal, hier sind die. Da suche ich mir jetzt von jedem eine Farbe aus. Melina, hilfst du mir? Hältst du die so fest, damit ich gucken kann, welche wir schon haben, welche nicht? Mama? Ja. Bleib hier, sonst kann ich ja nicht sehen. Hier auch 100%ige Baumwolle. Kann alle halten. Ja, aber so, dass ich die Farben sehe. Gleich weiß ich ja gar nicht mehr, was wir haben oder nicht haben. Haben wir das schon? Nein. Doch, das ist genau das. Melina. Ich weiß nicht, viele verschiedene gibt es. Hm, steht jetzt hier nicht. Zeig mal, was du da hast. Da drunter. Das haben wir noch nicht. Doch. Nee. Doch, das ist nur andersrum, ne? Ja. Dann haben wir ja alle. Sind es nur drei verschiedene. Ich muss mal kurz selber gucken. Also tatsächlich nur diese drei. Eins, neun und äh, 37. Alle drei? Ja. Gut. Zwei mal. Was denn? Können wir das so aufklappen? Vogelhäuschen, ne? Ja, den haben wir jetzt noch rausgesucht. Für, ja, knapp 6 Euro. Ab zehn Monate. Hier sind die auch noch mal. Aber ich glaube, mehr Verschiene gibt es nicht. Hier steht noch der Normalpreis. Ja. Und sonst, was gibt es hier Neues? Das sind Knöpfe, Schatz. Oh, die Farbe ist auch schön. Wollen die kleben? Ja, zum Beispiel. Kann man auch machen. Mit denen häkle ich tatsächlich auch sehr gerne. Die sind ja ein bisschen zu dünn. Ich will das aber auch Kleber kleben. Ja? Auch mega schön. So. Dann gehen wir weiter. Nehmen wir eine mit. Vamos? Schaut mal, jetzt habe ich hier noch welche gefunden. Die sind richtig gut. Für 1,69 je. Das sind nicht die richtigen. Hier die. Zwei Stück davon. Oder drei. Wir haben noch gar keine Hunde, Schätzen. Ja, war witzig, ne? Hier, guck mal. Für Katzen. Wie witzig. Die Stiefel. Und guck mal, Adventskalender. Guck mal, Melina, was es alles gibt. Adventskalender für die Katzen. Du willst da mitspielen. Komm, wir gehen weiter, Schatz. Guck mal, hier sind nur Weihnachtssachen. Sollen wir mal gucken gehen? Guck mal hier. Tannenbäume. Da holen wir uns ja einen echten. Und hier auf der Seite. Wir lassen den Wagen mal hier stehen. Ja, es ist Futter. Komm, guck mal hier, was wir hier so Schönes finden. Wir haben ja solche LED-Kerzen. Kann ich auch noch empfehlen. Die sind super. Haben wir mal in so einer Box hier gekauft. Gab es ja auch ein Wochenangebot. Das ist für die Katzen zum Spielen. Komm, wir gucken mal hier weiter. Ach, das finde ich ja nett. Für den Garten. Soll man ja wohl nicht so viel Beleuchtung haben dieses Jahr. Wenn man drauf verzichten kann, sollte man das tun. Wie ist es doch. Ja, ganz viele Lichterketten. Komm, Melina. Kugeln. Verschiedene Größen. Komm, Melina. Komm mal, Nussknacker. Was ist das? Sieht süß aus. Auch für die Tiere. Das ist auch für Wunde. Ja. Guck mal, die hier, Melina. Süß, ne? Ja. Also, viel Auswahl. Viele verschiedene Farben. Ich wollte ja die sehr gerne so einen Grinch-Tannenbaum haben. Das heißt, alles in so einem Grün. Was hast du den denn her? Lag der da? Der ist auch süß. Bei einem Schlitten. Da hat man aber schon Wäsche gekauft oder bestellt. Ach, guck mal, das ist auch nett. Schön, ne? Ich spreche, dass dein Fuß voll ist. Hier ist ein Tier. Hier ist ein Tier. Wie, dass du mal guckst. Ach, den haben wir doch, ne? So eins. Nein. Nee, doch, so ein Eis. Aber, aber das ist doch mit Glitzer und die Nase. Nee, Osa hat kein Glitzer. So, dann komm, dann gehen wir mal weiter. Komm, wir gehen weiter, Schatz. Ach, hier ist auch noch jede Menge. Wow. Komm, wir gehen mal weiter. Ja, komm. Noch mehr Lichterketten. Ich glaube, hier findet jeder was. Wie geht's weiter mit Deko? Weihnachten? Ja, Schatz? Nee, die schauen. Sehr groß aus sogar. Na, die sind viel zu groß. Ab zwei, ab zwei, drei Jahre. Ja, das haut hin. Auch ganz cool. Eine Wurst rein, noch was schenken. Da steht gar nichts, Mama. Was denn? Da steht gar nichts. Da steht auch eine Größe, da drunter vielleicht. Guck mal da. 24 ist dir zu klein und der Luisa ein bisschen zu groß. Guck mal, wie witzig. Weil das benutzt, nee, damit wir das anziehen können. Das will ich. 9,80, 9,90 Cent. Das ist nicht so. Wie man hier auch wieder geschenkt hat. Mama, guck mal. Ich guck. Dann guck du mal, Mama geht hier ein bisschen weiter. Kleidung. Ich will das mal anziehen. Ich will das mal anziehen. Ja, dann mach mal. Ich glaube, das macht auch Musik. Schau mal hier. Nee, Licht. Licht macht das. Mal drauf gedrückt. Genau, Licht. Vielleicht schon für Silvester. Happy New Year. Ja. Gut auf Silvester. Guck mal hier. Kindersüß. Das mit solchen Anti-Rutsch-Dinger. Aber ab Größe 35 bis 42, ich wollte gerade für die Kinder gucken, das ist auch für Erwachsene. Hätte ich sonst für Melina und Giano mitgenommen. Ach, hier, guck mal. Guck mal, hier haben wir welche für die Kleinen. Nee, ist auch zu klein. Paw Patrol. Aber nicht rutschfest. Nee. Komisch. Nur für Erwachsene gibt es rutschfest. Ach, die ist aber süß. Mama, ich habe lustige Gase. Guck mal. Sicher wird ein XXL-Life-Hall. Zum Modellieren. Nicht schlecht. Karten. Hast du den da? Ja. Und für die Ohren. Aber je nach Handschuhen. Melina hat sich gerade welche ausgesucht. Es sind Handschuhe. Sieht aus wie Elsa. Ja, du musst dich entscheiden. Du wolltest auch pink. Die möchte ich. Zeig mal deine. So sehen die aus. 1,69. Ja, richtig cool. Ist auch. Mega Auswahl. So süß. Aber ich weiß nicht, warum man die Tür aufmacht. Nee, die macht man nicht auf, Schatz. Das ist so. Nicht machen, Schatz. Oh, wie süß. So einen haben wir. Der wird 72 Zentimeter hoch. Ich glaube, unser ist noch höher. Fast einen Meter. Wow. Mach aus. Jetzt brauchen wir Feuchtdücher. Wir nehmen hier vorne ein paar Stück. Eins, zwei, drei, vier, 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 und dann holen wir gleich noch zwei. Alle kann ich. Quatsch. Doch. Dann wirken wir in den Wagen rein. Also es ist ja reichlich da. Sechs Stück. Das ist einmal rosa, einmal blau. Oh, 19. Oh, Mama, ein Hals. Was ist das hier? Mickey Maus. Was ist das hier? Oh, Mama. Sieht hübsch aus. Melina. Gibt es die Kugelkuhl? Was ist das denn? Das ist aus. Also Badezeug alles, ne? Ach, guck mal hier. Von Kneipp. Die sind ja mega günstig. Schlücke ist da. Mhm. Mama, das ist eine Lücke. Guck. Mhm. Was haben wir hier? Ach, hatten wir schon mal kurz Urlaub. Ja. Löffelsorten. Noch andere? Meloien zwei, ne? Ich leite. Und verschenken. Ja. Ja, zwei Stück. Ja, zwei Stück hiervon. Mhm. Kosten. Zwei, siebenundvierzig. Was müssen wir so machen? Oh, komm. Ich will das aber auch machen. Und wieder reinlegen. Das sind so Wärmekücheltiere, ne? Was ist das? Was ist das? Mama, was ist das? Da haben wir jetzt bei Rossmann welche gekauft. Was kosten die hier? 2,12 Euro. Ja, wir haben 2,99 Euro bezahlt. Finde ich richtig cool. Komm, schätze, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Cool. B2,28 Euro. Dann such dir was aus. Dieses. Okay, dann los. Foto-Taler. Ein Foto machen. Ein Foto machen. So, Mädels, ich bin wieder zu Hause. Ich habe gerade mein Pullover ausgezogen, meine Haare. Ach, die Brille habe ich auch noch an. Die wollte ich eigentlich im Auto lassen. Wie war es, Melina, bei Action? Gut. Gut, ne? Das war, ich glaube, das wird ein XXL Live Haul, weil, ja, Melina wollte intensiv alles gucken. Es gab so viele Weihnachtssachen. Und so langsam, ne, können wir anfangen, ein bisschen zu kaufen, zu dekorieren. Schlecht. Ja, der war ja nicht dabei. Der weiß das gar nicht. Also, mit dekorieren, ja, so Mitte November kann man langsam anfangen. Ach so, das hatten wir noch gar nicht gezeigt, Melina, ne? Ja. Guck mal, hier, die hatten wir doch gekauft, hat die Melina sich ausgesucht. Da sind so Unterhemd. Sie hat einige, also, ne, viele hat sie nicht, da muss man zugeben. Wursteig, dass die sie so gerne anzieht. Und Schoko-Taler, hier haben wir. Jetzt habe ich aber hier Größe 110, 116 eingekauft und ich bin mir ein bisschen unsicher. Melina, schau mal. Meinst du, das passt? Oh, ja. Ach, guck mal, das hat auch so, wie das, was du anhast, auch so ein, ähm, kleines Schleit hier. Schaut so aus. Also, ich glaube, das hat jetzt 4 Euro gekostet. Ich finde das ein bisschen teurer dafür, dass es nur so Unterhemd sind. Die hatten auch etwas günstigere da. Allerdings waren das hier keine breite Träger, sondern so wirklich Spaghetti-Träger. Zeig mal, die, die du anhast. Ja, das ist ja auch kein Spaghetti, das ist jetzt die Hälfte hier vorn. Ne, guck mal, die sind viel breiter, finde ich viel besser. Ich denke, das passt, ne? Sie wollte unbedingt dieses Jahr mit dem Einhorn, ne? Und da hatten wir Glück. Was klebt denn hier dran? Mal gucken. Da hatten wir Glück, dass wir die Größe noch hatten. Sonst hätten wir jetzt wirklich eine Größe einfach, ja, größer genommen. Fällt dir? Hier klebt irgendwas. Was ist das? Machen wir das ab? Ja, komisch. Willst du gucken, Mama? Ja, darfst du gucken. Ist beim anderen auch eins drin. Ne, da ist keins drin. Riecht recht neutral, würde ich sagen. Aber ich weiß generell die Sachen immer gerne vorher. Muss nicht wirklich sein. Und für Melina haben wir ja noch die hier gekauft. Da wollte ich dich gefragt haben, Giano, hast du, hast du Handschuhe? Also, dass du welche hast, weiß ich. Aber sind die alle noch okay? Oder brauchst du neue? Ich kann nicht. Musst du mal gucken. Melina hat jetzt die ausgesucht. Ich kann nicht mehr. Und blau? Ich finde gar nicht. Dann kannst du doch die dunklen blauen. Wie du findest die nicht, natürlich. Ja, aber die sind ja klein. Ich habe das Gefühl, dass die blauen, doch tatsächlich, die blauen sind kleiner wie die rosanen. Seht ihr das? Irgendwie total komisch. Wieso machen wir das? Doch, das sieht wirklich so aus. Hier steht aber jetzt auch nichts. Zwei Stück. Ja, was haben wir bezahlt? Ich glaube, 1,79 Euro. Ja, Pink fand sie halt besonders schön. Das darfst du jetzt hier auch ausbauen. Soll ich das machen? Ich? Nein, ich. Du? Kannst du das? Mhm. Oh. Dann mach das mal hier hin. Ich bin das, möchte ich nicht fallen. Ja, aber warte, lass das nicht fallen. Da muss ich kurz mal schauen, warte. Weil, nicht, dass diese, ich weiß gar nicht, wie man diese nennt, diese, ähm. Schau mal aus. Ja, diese Plastikdinger da. Wie, wie, Moment. So, wat hier. Ja, dass das nicht nachher auf dem Boden landet. Und die Louis das noch in den Mund macht. Gucken, prüfen. So, jetzt kannst du die auch richtig anziehen, gucken, ob die passen. Aber hat sie sich schon vor Ort und das sah ganz gut aus. Leer gegessen. Schön. Die sind auch toll. Aber es ist alles wirklich toll geworden. Ich habe viel mehr ausgegeben. Wobei ich sagen muss, diesmal sind ja auch so Sachen dabei, die ich recht jedes Mal nachkaufe. Ja. Sei es jetzt im Mundwasser. 1,99 Euro. Vorher jetzt 2,49 Euro. Ist aber tatsächlich, ich kenne keinen besseren wie den hier, ne. Die ist wirklich super, weil dieses Mint-Geschmack ist halt nicht so krass intensiv. Das brennt nicht im Mund. Und deswegen habe ich jetzt auch gleich 2 mitgenommen. Die gibt es auch mal im Wochenangebot. Ich glaube, dann sind sie tatsächlich für 1,99 Euro. Muss man mal beobachten, dass man dann einfach wirklich dann mal 5 Stück mitnehmt, weil es lohnt sich einfach. Mülltonnen, äh Mülltonnen, sag ich Mülltüten hatte ich eingekauft. Brauchten wir die? Ja, ich glaube schon. Die waren nämlich ja beim letzten Mal ausverkauft. Da haben wir auch ein paar mitgenossen. Das sind die hier mit so einem Verschluss, ne, mit Band, genau, das wollte ich sagen. Ähm, haben auch vorher 99 Cent gekostet. Jetzt 1,30 oder was, 1,29. Und da muss man immer drauf achten. Am Anfang hatte ich die, ja passt perfekt, das sieht toll aus. Hatte ich oft falsch eingekauft. Und zwar, ähm, 30 bis 35 Liter sind die anderen Schwarzen auch. Der Unterschied ist einfach, hier die Maße, 55 mal 65. Und bei den anderen, dann steht dann hier an der Seite nochmal extra lang. Die sind dann halt so lang gezogen, das sind für andere Mülltonnen, für solche hohen. Wisst ihr? Und deswegen, da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, falls ihr die mal nachkaufen wollt. Batterien, genauso. Vorher 1,99 bezahlt. 2,49 Euro. Oder was war mehr? Und Klopapier. Da war ich echt überrascht. Klopapier, wo haben wir es? Da hinten, dieses lila, ne, haben wir ja jetzt mitgenommen. Ähm, kaufe ich immer sehr gerne dort. Aber ich muss jetzt erstmal umschauen, ob es woanders vielleicht günstiger gibt. Mal gucken, einfach mal vergleichen. 10 Rollen, die kosten ja fast schon 4 Euro. 3,49 Euro oder 59 und vorher 1 Euro günstiger. Also 1 Euro mehr finde ich schon relativ viel, oder? Ja, also die Steigerung von, also 1 Euro finde ich irgendwie viel. Doch, die ist geschnitten. Also 3 Euro irgendwas, finde ich viel. Die kosten ja auch schon fast 2 Euro. 1,97 Euro meine ich. 1,99 Euro. Vorher 1,49 Euro. Und ich habe die immer dort gerne gekauft. Die waren immer so mega günstig. Aber ich glaube, ich wollte nämlich dann auch noch bei dm geschaut haben. Einfach auch mal zum Vergleichen. Ich muss aber sagen, dass die da ja auch eben so gestiegen sind. Dann vielleicht keinen 50 Cent oder 1 Euro, sondern also 20 Cent. Aber alles ist gestiegen. Womit hast du Daria gesagt? Daria? Weiß ich nicht. Ich habe nicht Daria gesagt. Ja, wir haben auch vieles mehr eingekauft. Ganz viele tolle, süße Sachen. Feuchttücher habe ich gekauft. Ich habe Zahnpasta eingekauft. Die habe ich euch auch gezeigt. Hier für uns habe ich die. Ja. Family Pack. Größere. Für Gian und die hier 6 bis 9 Jahre. Ja, habe für jeden eigentlich was mitgenommen. Und genau noch so ein Set zum Verschenken. Und Schokotaler. Die wollte die Melina ja unbedingt haben. 1 Euro, 2 Euro. Ich glaube, das war es. Schokotaler. Schokotaler. So. Wir wollten jetzt nicht noch essen. Wir werden das Video jetzt hier beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss. Schokotaler. Schokotaler.